Das Outfit habe ich schon mal gesehen. Danke für die Weinprobe, Dr. Graham. Jack. Du warst ja super scharf, Jack. Hörst du doch den Namen? Okay, der juristische Begriff der Zurechnungsfähigkeit von Unzurechnungsfähigkeit unterscheidet, heißt wie... Meier Wille! Du bist mit Shuntpring! Hallo? Sie haben noch 88 Minuten zu leben. Tick-Tack. Was? Ich habe einen Drohanruf bekommen. Es fällt mir schwer zu glauben, dass Dr. Jack Graham einfach so unschuldige Menschen mit seinem Psycho-Quatsch in die Todeskammer bringt. Kennen Sie eine Frau namens Dale Morris? Also was ist hier los? Dale Morris wurde vergangene Nacht ermordet. Oh mein Gott! Und überall in der Wohnung ist meine DNA. Ist doch genial, oder? Haben Sie damit Dale und Sarah getötet? Hören Sie, ich habe keine Zeit für lange Erklärungen. Woher soll ich wissen, dass du dich die Kontrolle verloren hast? Mann, das glaube ich nicht. Tick-Tack-Tack. Zehn Minuten. Ich finde, dich hast du gemütet. Schnell, mir fehlt nichts. Ich würde gerne hier... Hilfe! 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 Geist. Lo uw pesticch investiert. Geist. Untertitelung des ZDF, 2020